Guten Morgen aus Mittelhessen an diesen 30. März. Kostenloses Parken soll die Wetzlarer Altstadt stärken, Personalbeben beim TSV Steinbach-Haiger und hessische Kliniken streiken. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Kostenloses Parken soll die Wetzlarer Altstadt stärken. Schließlich haben Corona, der Online-Boom und Bauarbeiten den Handel in der Altstadt massiv belastet. Die Stadtverordneten haben nun den Magistrat beauftragt, das kostenlose Parken in der ersten Stunde auf die ganze Altstadt auszuweiten. Bis zur nächsten Sitzung der Stadtverordneten soll ein Konzept vorliegen. Auch mit weiteren Maßnahmen soll die Altstadt gefördert werden, der Citybus werde auf einen 15 Minuten Takt verdichtet, für Radfahrer entstehe eine Willkommensstation, um sie bewusst in die Altstadt zu lenken. Auch mit der Ansiedlung von Science Center und Musikschule setze man bewusst Akzente für die City. Unumstritten ist das Vorhaben des kostenlosen Parkens aber nicht. Kritik kam von den Linken, mehr Autoverkehr sei eine Belastung der Anwohner. Dennoch stimmten die meisten Stadtverordneten für den Antrag. Denn der Einzelhandel in der Wetzlarer Altstadt befinde sich in dramatischer Lage, hieß es. Zwei Urgesteine und ein Überflieger-Gen, Sasa Strujik, Dino Bisanobis und Paul Stock werden den TSV Steinbach-Heiger aus unterschiedlichen Gründen nach dieser Saison verlassen. Das teilte der Fußball-Regionalligist am Mittwoch mit. Sasa Strujik stieß im November 2015 zum TSV. In den siebeneinhalb Jahren absolvierte der 31-Jährige über 22.500 Minuten in 261 Pflichtspielen für das Team. Nun lehnte er eine angebotene Verlängerung seines auslaufenden Vertrages beim TSV Steinbach-Heiger ab und wird sich ab dem 1. Juli 2023 dem Westregionalligisten Alemannia Aachen anschließen. Dino Bisanobis absolvierte 193 Pflichtspiele für die Mittelhessen. Dabei gelangen ihm 21 Tore und 13 Assists. Der TSV Steinbach-Heiger hat ihm kein neues Arbeitspapier vorgelegt. Paul Stock wird den TSV im Sommer in Richtung eines hörklassigen Klubs verlassen. Traurige Nachrichten kommen aus Gießen. Nach einem Unfall am Wochenende ist ein Motorradfahrer am Mittwoch seinen schweren Verletzungen erliegen. Der 74-Jährige war am Samstagmittag auf einer Landstraße in Richtung Heuchelheim mit einem Auto zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft schaltete zur genauen Rekonstruktion des Unfallherganges einen Unfallsachverständigen ein. Die Bundesregierung will den Ausbau des Autobahnnetzes vorantreiben. Auf einer Liste hat die Ampelkoalition aus SPD, Grüne und FDP 144 Bauprojekte aus ganz Deutschland gesammelt, die nun schneller realisiert werden sollen. Auch Neubauprojekte sollen schneller umgesetzt werden. Aus Hessen stehen auf dieser Liste 29 Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan. Dazu gehören die A3 zwischen Wiesbadener Kreuz und Autobahndreieck Mönchhof sowie die Anschlussstelle Frankfurt Flughafen und Mönchhof. In Südhessen ist das Autobahnkreuz Darmstadt mit A5 und A67 genannt, genauso der Abschnitt der A5 zwischen Seeheim-Jugendheim und dem Kreuz Darmstadt. Auf der A60 ist der Teil zwischen dem Autobahndreieck Meinspitz und dem Autobahndreieck Rüsselsheim betroffen. Mehrere Abschnitte der A66 werden ebenfalls auf der Liste genannt, darunter die Strecke zwischen dem Schiersteiner Kreuz und dem Wiesbadener Kreuz sowie zwischen Mönchhof und Losch. Im Tarifstreit um mehr Geld für Ärztinnen und Ärzte wollen sich am Donnerstag auch die Mediziner kommunaler Kliniken in Hessen an den ganztägigen Warnstreiks beteiligen. Betroffen seien rund 50 Einrichtungen, kündigte der Marburger Bund Hessen an. Die Schwerpunkte liegen demnach bei den größten Häusern im Bundesland. Dazu zählten die Kliniken in Kassel, Hanau und Bad Hersfeld sowie weitere Einrichtungen in Wiesbaden, Darmstadt, Brüsselsheim, Offenbach und Frankfurt. Den Krankenhäusern seien Notdienstvereinbarungen angeboten worden, um eine notfallmäßige Versorgung der Patienten sicherzustellen. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 3. und 4. April statt. Der Marburger Bund fordert für die 55.000 Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken einen Inflationsausgleich für die Zeitzeit der jüngsten Entgelterhöhung im Herbst 2021 sowie zusätzlich eine Gehaltsanhebung um 2,5%. Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de hon. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!